Also, ich heiße Anke Schuster und ich liebe meinen Stadtteil Ziegelhausen-Petersthal, weil es bei uns noch sehr familiär zugeht. Wir haben eine wunderbare Vereinsstruktur für Jung und Alt und hier hilft jeder jedem, so wie ich das vom ländlichen Raum her auch kenne. Und von daher freue ich mich, dass ich seit mehreren Jahrzehnten in diesem Stadtteil leben kann. Und wir haben eine wunderschöne Landschaft um uns herum. Und was fällt mir noch ein zu meinem Stadtteil? Naja, einfach vorbeischauen, dann kann es jeder erleben, dass wir lebens- und liebenswert sind.